Willkommen zu einem neuen Video mit dabei ist der liebe Hot Ice Cat und heute ein alter Bekannter den man damals nicht hören konnte aber ich hoffe heute jetzt Take Wo damals konnte man mich hören aber nur ich hab den Account jetzt wieder ja also wir machen eine neue Serie die heißt One Block Challenge One Block Challenge den wir brauchen wir nicht auf jeden Fall es wird sich langziehen wir konnten jeder dieser Teile ja es gibt aber 100 es gibt 100 Jordan okay dann lass es mal ah und oh ein Pick NEIN wir hätten den Pinkfong damit spielen können wir hätten den Pinkfong dann mitspielen können ja Alter wir kommen hier ja jetzt kommt Nubb es kommt Nubbgrade oder ne ja Upgrade 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 warte wir haben gar kein Holz was ist Holz ich sagte wir haben kein Holz und was kommt Holz da hat da hat von den 19 ein ja da kann es auch der Prozent Prozent ich hoffe wir brauchen seit links mit von 16 seitdem ist das wichtigste Ok welche Inseln sollten wir als erstes erkunden? Ich bin für die Mushroom Insel Ich bin für die Mushroom Insel dahinten Wer ist dabei? Für die große? Ich hoffe dass wir hier eine Fläche bauen Leute So Ja! Ey, nein, ey! Ich hatte das so neu! Du bist schon mit dem Mann Okay, das war's Wir brauchen unsere Items So, wir brauchen die Items Warte, wir lassen einen hier immer farm Wir lassen einen farm Ja, dass es schneller geht Ich baue ab und ja, dann Schreibt unter den Kommentaren Also unter den Kommentaren Hashtag IceCat Ihr könnt euch im nächsten Video erwähnen Leider konnte ich die Äh, ja leider Ja Äh, ich weiß nicht ob Äh, wir heute in einem anderen Video was Erwähnt haben Äh, wenn der Erde kommt, dann lass mir die Ne? Ich hab ne Schaufel Ja Ja, macht sich erstmal ne Schaufel Ja Wer kennt's Ich kann herzlich nichts anderes warnen Ich kann herzlich nichts anderes warnen Stein, Holz Pink Eggs Mach mal aus Leblöcke 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 Ich schlau Das sind Tonblöcke Ich werd doch erstmal sagen, mach ich ne Schüssel Was? Mach das ne Schüssel Ich fang strau Wenn, wenn ne Pilze kommt Oder ne Pilze Ja und dafür probier mal erstmal zwei Pilze ab Ne Ich schau mal ne Schau, äh ne Axt Hab schon ne Axt Ich auch Also ich sage als er Warte Ich glaube in diesem Video werden wir heute noch nicht auf ne Insel gehen Erstmal fahren, oder? Ja Erstmal machen wir unsere Items Wenn das dann kommt, dann ein Hol du Schaufel Hol du Schaufel und ich äh Axt Okay, dann ist besser Oder ich hol Picke und Zerbo Schaufel Ich hab doch Picke Du hast Schaufel Hol du Schaufel Alle, alle draufhorn Ähm Okay äh Ja, 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 ja Wenn die ich mir geredet hab, wollte ich eigentlich auch was sagen Also Leute, schreibt in die Kommentare In welche Insel ihr als erstes wollt Sandinsel Riesiges Schloss Werden wohl alle ja sagen Ähm Ninja Insel Eisinsel Diese Insel Oh Das Insel Die Diese In Die Meerinsel Die Die Strandinsel Die Wüsteninsel Da ist auch ne Wüsteninsel Die rote Wüsteninsel Oder die Mushroom Insel Schreibt in die Kommentare Schreibt in die Kommentare Ich hab auch sonst Deck Holz Ich hab auch sonst Deck Holz Ja, Holz wird später wohl richtig wichtig sein, weil Weil wegen das Update kam ja grad Forrest Forrest Äh Okay Äh Äh Das ist Gamers da Äh Ähm Äh Äh Los Los Äh 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 Das hat keiner gesehen Gott Keiner hat gesehen wie ich ihn Wie ich ihn gebannt habe Nein Das ist mein Projekt Skyblock ist mein Projekt Ich hab nur den Hot Ice Cat und den Teguo eingeladen Keinen anderen Warum Ich hab nichts gesehen Ich hab nix gesehen Gaa Nix Ich hab gar nix gemacht Gar nix Ich hab gar nix Ich hab gar nix gemacht Ich hab gar nix Ich hab gar nix gemacht Gar nix Ich hab dieses Projekt Ich hab eigentlich schon mal mit anderen machen Aber diese anderen Ähm die waren zu besessen sie gehen in die falsche Seite der Macht und haben sich gegen mich aufgelegt ich hab sie alle umgebracht naja das ist ja ok er geht direkt ins Javos auf jeden Fall Leute schreibt bei den Javos in die Kommentare Hashtag ich mach uns mal kurz ein Feld hier ich mach mal kurz ein kleines Feld wo wir Erde rein platzieren damit es dann bringt es rum Stimmt gerade das muss bereiten also ich glaube dies Video geht noch zwei Minuten lang doch doch Nein doch Jordan ich hab zu entscheiden wie lange mein Video geht dann ist es deine Welt ist ja meine YouTube Welt also darfst du entscheiden wie lange mein Video geht warum haben wir eigentlich so viel Holz keine Ahnung aber heute ist wichtig Holz ist wichtig also wir sollten richtig viel Holz fahren wir sind Monster wir haben Wasser wir haben Wasser Wasser? Ah hier ist ein Schest Knochen wie Knochenmehl Wasser Wasser ist wichtig ich kann mal kurz ab dann noch kurz ab haben wir noch mit Zest von Knochen so ein halbiger kräftigen Holz haben wir haben so gesagt eine Farm wird ich sagen ich habe die Säppling das heißt das was diesmal mag es eben abzubauen heute ich hab das wasser im Endeffekt 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 ich hab das Ding ah da keiner von uns hat mehr Wasser ne das ist die schon really John du wirst so leiden ey tut mir doch leid alter ey hört auf Nein er hat mein Zeppling ey okay wir hören auf dass es um tut er hat mein Zeppling weg ich bring noch sechs safe noch neun vor allem das wichtigste das wichtigste ey warte 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 nein lass Pickhunk spielen wir haben Schweinefleisch ja ich sag nur mal Camp das war der heilige Gott leute hört mal auf jetzt hört mal auf Asaman Leute Warte 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 Leute! kommt gleich Erde ihr Eddy lik äh holz 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 das war es jetzt aber außerdem das ey John jetzt hör auf John hör auf warte was er noch die wenn wir noch mal die Schaden 1 sie sind Weizen Gott sei mit Tag gemacht und die erstmals hier die Plattie die Gott nahe mehr ich hab jetzt mal ein paar Sachen kommen jetzt eher das soziert das ach sorry das soll eine Farm werden ja aber hier sollen Zepplings drauf sollen die Zepplingsfarm werden macht den Zeppling wieder drauf ok Leute jetzt kommt allemals zum Crafting Table ja und damit sage ich das war's mit dieser Folge ich hoffe es hat euch gefallen heute kommt noch mal eine Folge Skyblock und ich glaube wir werden zu der Mushroom Insel gehen halt der Style ist perfekt bevor du die Folge beendest hast du vermuten Startarbeit Nein AHHHHH